Professor Hans Hermann Hoppe gehört laut Academic Influence zu den einflussreichsten Philosophen der letzten 30 Jahre. Er vertritt die Idee einer sogenannten Privatrechtsgesellschaft. In einer solchen Gesellschaft wären alles Land, alle Häuser, Straßen, Flughäfen, Schulen in privaten Händen. Das Zusammenleben würde durch private Vereinbarungen geregelt. Vielleicht tönt das heute utopisch und doch lohnt es sich aus zwei Gründen, sich mit der Idee zu beschäftigen. Erstens ist die PAG eine relativ neue, intellektuell konsequente, originelle und inspirierende Idee und das Gegenstück zu den sozialistischen Utopien. Die Sozialisten wollen möglichst viel Staat, sie haben Karl Marx und Che Guevara als Leitstern, die Liberalen möchten möglichst wenig Staat und haben nun die Privatrechtsgesellschaft und Hans Hermann Hoppe als Inspiration. Zweitens lassen sich ganz konkrete und praktische Lösungen für die heutigen politischen Probleme finden, wenn man sich fragt, wie diese Probleme in einer staatenlosen Gesellschaft gelöst würden. Hoppe Unplugged ist eine 72-seitige Broschüre, ein Reader's Digest von Hoppes Ideen. Auf jeder Seite wird eine schwierige politische Frage einfach beantwortet, teils mit Links zu Videoclips. Hoppe Unplugged hat eine klare Gebrauchsanweisung. Erstens, hoppeunplugged.com öffnen und PDF herunterladen. Zweitens, lesen. Drittens, gedruckte Kopien mit Mengenrabatt kaufen. Viertens, verteilen und freuen an den Reaktionen der Beschenkten, denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Hoppe Unplugged – maximales Abenteuer für minimales Geld.